ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu kommen an den konkurrenstufe rot 1 gegenschlag auf seiten der alliierten remastert endlich habe ich das richtig hingekriegt genau leute und wir waren beim letzten mal hier und wir müssen hier die convoy trucks verhindern dass die hier raus gefahren alles klar leute würde ich sagen machen wir das mal wir haben aber letzt mal hier diesen diesen manniken angriff verteidigt und es war verdammt interessant muss ich sagen kamen auf einmal zwei flugzeuge zack fünf manniken beim letzten mal und ja wie gesagt da bin ich wieder nehme es einem sonntag abend auf jetzt weil die letzte aufnahme session die waren ein bisschen länger her leute dafür sucht das wieder mit flugzeugen die war ein bisschen länger her die letzte aufnahme session aber das lag daran weil wir uns ja kann ich ja sagen wir haben uns eine neue katze gekauft leute haben uns einen süßen kleinen siam kater gekauft und ja der schläft auf der couch jetzt und deshalb können wir jetzt hier mal ein bisschen loslegen was machst du denn da bist du blöd und ja leute ist der hubschrauber was macht der hubschrauber da der versucht meinen sammler abzuschießen okay das schafft aber nicht ist okay leute gut wir müssen uns ja hier da kommen auch da kommen invasoren bitte was also das ist ja jetzt wirklich nicht schön leute was er da macht ganz und gar nicht schön schießt da drauf da einer ist reingekommen okay geil ja der hubschrauber ist weg sehr gut wo ich brauche langsam mal verteidigung hier oben war gut dann wird man bunker ja wie gesagt leute die letzte aufnahme zwischen ist zehn tage her aber das ist kein problem weil die letzte aufnahme session ja was länger war gut ist fast kaputt hier die kacke okay also egal leute ich würde sagen wir machen wir gehen das mal weiter hier in angriff drei tesla panzer okay was macht er damit was macht er damit ein truck das ist wieder da ist wieder eine atombombe drin da ist wieder eine atombombe drin ja wir brauchen sie los alles klar so treten liga aber schaut mal da leute in liga sehr interessant er da darf toll da darf jetzt natürlich keiner reinfahren aber da alles kaputt geht nach leute wisst ihr warte ich werde mal speichern ich werde mal speichern bis zum 6 und nur das glaube ich ganz genau und wenn da jetzt einer rein fährt wer da fährt einer rein dann komme ich da komme ich durch den bildschirm und haue ich ins gesicht wirklich wenn da wirklich einer reinkommt aber gut leute kacke energie so alles klar die panzer produktion läuft nach wie vor da wieder eine katze im hintergrund und ja leute wie gesagt freut mich dass man wieder dabei seid hier beim guten alten 9 kommandekonker ich habe ein paar abonnenten noch dazu bekommen auf dem kanal finde ich super seid alle mal gegrüßt alle ihr neuen zuschauer wenn ihr das guckt hier freut mich dass ihr dabei seid so oder mir und die katzen rum aber ich werde mit denen gleich erstmal diese drei test lapanze aber versucht er da wieder okay die brücke habe ich schon kaputt gemacht was soll das denn das war jetzt sinnlos wusste das war jetzt wirklich sinnlos naja egal heute sammler du sammels mal bitte edelstein und was versucht da da zwei wenn die können okay egal wer hat das schon nicht mehr rausgekriegt alles klar und panzer wie du fährst hier rein wie du fährst hier rein nicht da rein gott sei dank okay leute alles klar habe gesagt das war schon spaß hier und da kommen renadiere stehen macht diese drei des tesla panzer um vor allem das sind radar störgeräte warum warum können die strom schläge verteilen das macht irgendwie keinen sinn naja gut egal alles klar wir sammeln einfach weiter unseren angriffstrupp der konvoi ist eben hier unten her gefahren so krass und ja leute wie gesagt möchte noch eine kleine ankündigung machen weiß dieses wilde tesla panzer und zwar für alle ja wie nehmen wir es da sagen wir es einfach für alle ach du heilige hat mal bringen wir erstmal den sammler nach hause für alle adventure fans unter euch ich werde ab nächstem samstag per set if 1 aufnehmen als kleines nebenprojekt samstags ernsthaft wie mache ich das denn jetzt ich kann ja ich kann ja keine hubschrauber bauen das ist jetzt ein bisschen unangenehm was zur hölle was so okay sollte ich muss mit denen los wie gesagt ich werde per se relativ 1 aufnehmen ja steve läuft da unten durch aha schaut mal da da ist noch ein noch ein truck hier kaputt machen gott sei dank dieser tesla-panzer da und wenn du da rein fährst mach den kaputt den penner wirklich so team 1 mach dieses scheiß tesla-panzer kaputt ja ich weiß dass wir sie los brauchen typ sehr gut was stimmt muss ich eigentlich unterbauen verdammt nein wer ist da rein gefahren wer ist da rein gefahren ihr idioten ihr idioten ernsthaft leute das kann jetzt nicht wahr sein leute ihr idioten ich habe euch doch vorgewandt fahrt doch nicht rein fahrt rein boah wie blöd muss man sein wirklich aber das war noch nicht mal ganz so schlimm also wir haben nur eine waffenfabrik verloren und eine werkstatt das kann man aufbauen das ist kein problem so waffenfabrik werkstatt und weitere panzer bauen so viel haben wir nämlich nicht verloren leute ich würde sagen team 1 machen wir jetzt die männlichen platt ach du das spiel raus da raus da raus da raus um gottes willen da ist schon eine taster spule da unten verdammt was ist das denn da was zur ameniken okay alles klar gut alles klar leute ja dann haben wir das so warm geworden draußen ist das bei euch auch so warm also ich merke schon wieder wie ich hier eigentlich schon wieder ein ventilator anmachen müsste aber ja dass das das gibt so ein hintergrundgeräusch das möchte ich vermeiden ehrlich zu sein wenn ich die sondern die machen wieder nur kacke irgendwie weiß auch nicht naja gut egal was den einfach weiter sammeln gut team 1 da habe ich habe ich habe eigentlich noch hier artillerien im bau ne ganz genau gut leute der will wieder reinfahren aber der sammelt nix ganz genau gut aber wisst ihr was ich nehme die gleich ich nehme die jetzt einfach und moscheln wir wieder los zu der coolen mucke jetzt ganz genau so leute raketenwerfer weg machen ja wie gesagt also ist haben ein paar leute abonniert finde ich super hiermit nochmal seid willkommen willkommen und ja freut mich dass ihr da seid so so kann der kanal doch weiter wachsen wirklich gut alles klar schießen auf den sammeln so da ist ein truck weg machen sofort weg machen ah nein der hatte keine atombombe sieht der hatte keine atombombe drin das ist schon mal gut gut und während die hier weiter bauen fünf und fünf ganz genau leute so so jetzt aber kommt macht den sammeln kaputt hier los und ja leute geht es euch gut ich habe euch das an also mir geht es wenn ich das mir geht es nicht gut wenn ich das hier sehe aber ja der wird uns einfach nur raus ziehen so einfach kaputt machen den scheiß hier wieder ein radarsteuer gerät in form eines tesla-panzers das ist schon sehr interessant finde ich die kommen wieder nach hier unten ah hier unten ist auch noch eine basis ok dann raus da raus da leute raus da hier oben dieser scheiß tesla-panzer dann nochmal die werde ich auch massiv bauen wenn wir die russen spielen also das wird episch leute damit damit können wir nichts machen das mit diesem angriff hier können wir nichts machen leute das ist viel zu wenig wir brauchen mehr einheiten und zwar schnell guckt euch das an das bringt doch nichts naja gut wir haben wieder kein geld äh ja fahrt rein und macht direkt diese scheiß tesla-spule weg direkt kaputt schießen hier so die schießen nämlich immer doppelt und das ist das miese tesla-spulen schießen doppelt so macht diesen helipot glatt kaputt machen los so den hubschrauber wegmachen alles klar dann haben wir hier neben eingang quasi gefunden für die basis und den sammler können wir direkt platt machen los oder die energie genau energie ist auch gut hey das hat sogar einigermaßen ah verdammt tesla-spule vor die nase gebaut vor die nase gesetzt ach du scheiße was ist das denn da oh mein gott was ist das denn da invasoren invasoren ok interessant leute verdammt interessant und da oben kommt damit ein panzer das ist dreist das ist echt dreist muss ich sagen ja ja rüsse 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 so zack weg machen so benningen platt machen so alles klar gut Leute dann könnt ihr euch mal hier unten wieder sammeln oh man nicht einfach Mission ja nicht einfach äh ich brauch wieder Bunker einsatz fähig ach nö ach Leute das kann doch nicht wahr sein wirklich warum ich hab doch äh okay laden wir's nochmal wo ist denn der rausgekommen auf einmal einsatz fähig schlagen ja toll jetzt kann ich wieder alles neu alles neu ach man ja gut aber ist egal ähm wenn da jetzt keiner durchfährt hier unten ist das in Ordnung so Einheiten macht hier diese Tesla Panzer platt los direkt kaputt machen die Scheiße bevor der mich damit nochmal nervt hier so können auch so schnell schießen ne so Leute alles klar so wiederholen wir das nochmal viel haben wir ja nicht verloren ne es war ja nur hier unten diese erste Basis aber gut ich frage mich wo da eben der Truck rausgefahren ist was war das wo ne geil so nimm mal einen Gummipanzer und äh ah da kommen diese sinnlosen Bomben okay genau ah okay gut aber die Brücke ist eh im Arsch also von daher einmal auf der Sammlage schossen bist du wahnsinnig Leute ey Junge was was okay 3 3 oh da ist noch ne ah noch ne Basis bestätigt da ist ne Tester Schule was muss ich denn hier überhaupt machen errichten sie eine Basis zerstören die Weiterverarbeitungsanlage außerdem auf keiner sowjetischen Konvaitrucks aus dem Gebiet entkommen ja okay was war's dann mit dem Gummipanzer ne das ist auch so ne große Karte ne so sammelt euch da oben einfach genau Leute weitere Panzer bauen weiter geht's und was ist der denn da da sind Raketen der war noch da so ja kannst du vergessen ah da ist noch ne Minibasis ich verstehe Leute da einfach drauf fahren einfach drüber fahren so alles klar wo schießt dieser Raketenwerfer drauf ist ein bisschen mysteriös muss ich sagen ja wo schießt der drauf oh man naja gut alles klar Leute Frage ist halt wo ist der Konvoi eben wieder rausgekommen das verstehe ich gerade nicht egal da kann ich nicht durchfahren das ist das Problem Leute ich darf da nicht durchfahren weil sonst ist wieder die ganze Basis platt ah ich musste einmal ganz kurz niesen Leute sorry ja keine Ahnung ich bin irgendwie ein bisschen verschlupft schau da kommt die dann Konvoi kaputt machen los ja super toll dann ja toll ich muss die eigentlich hier rausziehen das ist so doof na super scheiße zu früh egal Alter äh boah einfach weiter Einheiten so oh man ja ich bin irgendwie verschlupft Leute keine Ahnung warum es ist eigentlich Hochsommer aber das Wetter wechselt halt momentan sehr wird gebaut ah wieder Ressourcenverschwendung aber ist in Ordnung braucht zwei Silos oh wer ist da schon wieder reingefahren ihr Blödmänner ey wirklich ihr seid doch so doof ey man ja toll meine Einheiten sind jetzt natürlich extrem weit weg und ich hab kein Geld ja dann mach halt kaputt zum Glück fahren die immer in die Verteidigung rein das ist super ja muss ich sagen so dieser scheiß Tesla Panzer der muss unbedingt weg die ziehen auch so viel ab ne die ziehen auch so viel ab Leute gut irgendein Vollidiot ist wieder hier unten reingefahren das ist ja super toll was kommt da schon wieder noch ein Tesla Panzer ach Mensch Russe also wirklich Leute ja danke toll super jetzt hat er hier wirklich alles kaputt gemacht an Verteidigung kommt da noch mit Mäniken ja gut ah verdammt Leute gut ich hab hier die passende Konterwaffe ach du Kacke jetzt kommt er noch mit dem Panzer da an meine Güte wirklich ja Artillerien natürlich ey Mensch gut den hab da gekriegt schon mal gut alles klar ich muss mich mal wieder aufbauen hier ey so speichern nochmal alles klar Leute boah wir haben schon wieder 19 Minuten rum das ist ganz schön krass ja so weitere Verteidigungsanlagen bitte und da brauche ich gleich einfach nur Kampfpanzer und weitere Artillerien sammeln doch die Edelsteine Konstruktion abgeschlossen nicht die Artillerie drauf fahren sammeln so und hier auch bitte so jetzt muss ich die Karte einfach beobachten ne wo fährt der Truck raus verstehe ich gerade nicht da ist noch so ein scheiß Tesla Panzer so aber macht nichts Leute ja wie gesagt ich hoffe dass euch das hier trotzdem gefällt hier auch wenn ich hier ein paar mal fehle aber ja Leute das ist halt auch so eine Trial and Error Mission sag ich jetzt einfach mal so weil man hat auch nicht weiß wo kommen die Trucks her oh da ist schon wieder einer die sind auch so schnell der wäre fast rausgefahren der wäre fast rausgefahren Leute Alter kommt doch schon wieder mit Tesla Panzer ja komm dann seid ihr Team 1 und da fährt mit Sicherheit einer rein da oben oder Team 1 macht diesen Tesla Panzer weg die nerven Leute so alles klar ja Team 1 sammelt euch mal hier das war nämlich gerade der Truck der entkommen ist glaube ich dieser Truck da gerade der extrem schnell aus der Karte wollte den wir im letzten Moment noch aufgehalten haben hier wie ihr seht äh ja das war glaube ich der der Truck der da raus wollte ja komm mach euch noch mehr kaputt bevor ich angreifen kann ja Penner wirklich so Leute kann ich mich jetzt mal sammeln aber zumindest erst mal speichern ich hoffe dass ich die Mission noch schaffe in dem in dem Part hier weil sonst wird es ein bisschen gewöhnungsbedürftig ja die Panzer auch noch irgendwie so lange die brauchen lange Leute aber ja ist ja nicht schlimm und ja Leute geht es euch gut wie gesagt was macht da da kommen die fünf da kommen die fünften Vasoren schneller nein zum Glück übernimmt der nichts zum Glück macht der nur kaputt zum Glück ist der blöd einfach reingerannt mit den Invasoren aber er hat es doch erobert ach dieser Penner wirklich er hat es doch erobert das habe ich aber auch mal wieder nicht direkt geblickt da hat er schon wieder Meniken das gibt es ja wohl nicht Leute das ist ein gegnerisches Ding so sag Invasor rein da Mann ist meins erreicht alles von allem okay ach Tesla Panzer Mann so die sind unfair die Dinger wirklich das ist aber eine Tesla Spule ach ihr Russen wirklich mit eurem scheiß Elektrizitätsgedöns muss doch nicht sein wirklich wieder die Muckei so warte ich noch die Einheiten ab und dann gehe ich endlich mal wieder angreifen ich habe keine Werkstatt ich habe keine Werkstatt wie gesagt die brauche ich nicht unbedingt jetzt gerade aber ich habe halt gerne komplette Basen das hat auch jemand das ist nicht wahr das ist nicht wahr verdammt noch mal wo ist denn da schon wieder einer rausgekommen verdammt wo ich habe doch alles abgeriegelt hier gut egal immerhin ja immerhin ist es nicht so ein krasser Verlust jetzt hier an Zeit ne ne Leute das geht schon alles klar wo fahren die Kacke wo fährt die Kacke denn immer raus Mensch jetzt ist ja gut dann direkter drauf schießen da so alles klar das haben das haben wir verhindert sehr schön schon mal gut und hier kommen wir gleich fünf Männiken raus ne so das reicht zwar auch für nix aber ich gehe gleich mal angreifen ich möchte hier in der Mission zumindest noch einen Fortschritt haben haben ja setzt die ab ist okay macht nix alles cool so Leute dann würde ich sagen nehme ich mir jetzt diesen Trupp speichert das Ding lieber nochmal und dann gehe ich mal angreifen weil ich möchte unbedingt einsatz vielleicht kommen die hierher die Kacktrucks ne so macht die kaputt die Kacke die sind so schnell die Dinger wirklich Drei Tester spulen oder was ist das befestigt Leute wirklich oh mein Gott ach du Scheiße da ist noch ein Truck und reinfahren jawoll schönes Loch reingerissen sehr schön schönes Loch reingerissen einfach eine Atombombe genutzt ja ja klar natürlich auch meinen Sammler oh man oh man na gut aber die kann ich einfach platt fahren und den kaputt machen hier so die Scheiße hier auch kaputt machen so Leute dann wird hier tatsächlich ja ein Loch reingerissen und ja den Truck am Entkommen verhindert das würde ich sagen speichere ich doch nochmal nach 4 Minuten das ist gerade ein bisschen blöd dass die Panzer so langsam vom Stapel rollen Moment Spielgeschwindigkeit deshalb das ist aber auch so langsame Spielgeschwindigkeit gewesen so Leute äh ja kann ich diesen Panzer schon mal hier unten gleich reparieren äh und die Kohle reicht aber nicht super doll wirklich fährt er schon wieder aber gut ich glaube ich mach jetzt noch ein Set fertig 3-3 so und dann sollte das Ei eigentlich auch ausreichen von den Einheiten her weil der hat dann nicht mehr so viel schaut mal hier der hat hier nix der hat hier auch nicht mehr viel also ja wieder keine Kohle ey verdammt weil die Sammler auch immer keine Ahnung was machen Sammler 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 der will wieder raus fahren der will wieder nach Hause fahren mit 20 Dollar ja das ist bisschen doof na gut dann mach's halt dann fahr hier vorne hin ach du scheiße zwei Kampfpanzer ja die kriegt ihr aber die kriegt ihr sehr gut alles klar was versucht er da jetzt schon wieder fünf mäniken ja okay einfach rüber einfach rüber fahren ey da sind wir zwei Raketenwerfer ne so ja komm dann mach den kaputt los oh der macht so viele Artillerien von mir Schrott ne das ist unglaublich aber gut Leute aber gut ey die Sammler bringen keine Kohle mehr rein was soll das Leute Sammler und du fährst bitte ja Edelsteine abholen ach verdammt ja dann geh ich jetzt mit diesem kleinen Trop hier nochmal los äh der hat diese Kacke nachgebaut ernsthaft der hat die Scheiße nachgebaut ja toll super geil wirklich ja gut dann mach ich aber zumindest schon mal diesen Mini-Stützpunkt hier platt die Mission die zieht sich ja muss ich sagen oh was ist das denn der ist ne Heilung geil das war ne Heilkiste die hat alles von mir geheilt och ernsthaft macht einfach alle meine Artillerien im Arsch naja gut dann macht zumindest ihr das das schon mal kaputt so ja Raketenwerfer mach meine letzte Artillerie platt ey da ist ja wohl nie wahr so und den Sammler unbedingt wegmachen so damit er keine Kohle mehr kriegt hier los 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 ach Tesla Panzer äh Tesla Panzer wegmachen boah sind die schwach ne meine Panzer das ist so unglaublich gut Leute wir haben aber zumindest schon mal den Vorposten hier erledigt warum fahrt ihr nicht alle so ja dann keine Ahnung fahrt nach Hause gut Leute dann würde ich sagen speichere ich das Ding nochmal und wenn euch die Folge gefallen hat lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da ey würde mich sehr freuen und ja dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag ne tschüss